Hey Leute, ich bin's mal wieder Momo von Outlet46.de, heute mal mit einem etwas anderen Review. Und zwar will ich heute ein klein wenig genauer auf die Crocs, Crocband Clocs in schwarz eingehen. Um vorab erstmal zu klären, was sind überhaupt Clocs. Clocs sind die sogenannten Hausschuhe, die ihr da im Video sehen könnt. Die sind so für draußen, also für Outdoor und auch im Indoor-Bereich geeignet. Ja Leute, das Innenmaterial und auch das Obermaterial besteht aus Synthetik. Die Außensohle hingegen ist aber aus Gummi. Was ich cool finde an den Crocs ist, dass man sie so als Hausschuhe benutzen kann, aber auch im Garten oder auf der Terrasse damit rumlaufen kann. Manche tragen sie auch auf der Straße, also ist für viele auch kein Problem. Und das Coole ist, man hat eine sehr große Farbauswahl bei uns jetzt hier. Ein bisschen Standard im Schwarz-Galten mit einer weißen Sohle. Finde ich, sieht cool aus. Schlicht gehalten, gibt es aber auch noch ein paar auffällige Farben. So Freunde, ich hoffe ihr konntet euch ein kleines Bild über die Crocs machen. Das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da und abonniert unseren Kanal. Das war es von mir, Momo von Outdoor46.de. Peace out. Outdoor46.de Outdoor46.de